Oh nein, was ist passiert? Er hat den ganzen Kuchen gefressen. Er wäre hier morgen als Kugel rausgerollt. Oh Mau, du sollst es doch lieb sein und kein Quatsch mehr machen. Dann los, wir müssen ins Bett. Hast du jemals Fußball gespielt, Leonard? Ja, eigentlich spiele ich noch immer. Schnell vorbei. Na ja, im Internet. Sicher äußerst spannend. Ich muss jetzt ins Bett. Bleibst du noch hier? Nein, ich bleib sicher nicht allein hier. Ich meine, ich muss morgen ausgeschlafen sein für die lieben Kinder. Du glaubst doch nicht ernsthaft an Geister, Leonard, oder? Ich? Auf gar keinen Fall. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ich habe keine Angst vor Dunkelheit, vor Geistern, gruseligen Geräuschen oder Türen, die einen Spalt offen stehen. Pschscht. 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 Autsch. Simon. Pschscht. Hast du das gehört? Mio. Pschscht. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Das war die falsche Antwort. Da ist jemand in den Kostümkammern. Pschscht. Pschscht. Und wenn dieser jemand lieber seine Ruhe hätte? Du weißt schon... Lennart, hier sind keine Geister. Ja, klar. Weiß der Geist das auch? Hä? Sie kommen rein. Leer. Verstecken. Hier ist nichts. Bestimmt nebenan. Was war das? Hab ich euch.